So, meine lieben Freunde, jetzt gibt es hier nochmal ein zweites Video heute auf meinem Kanal. Eine kurze Zusammenfassung für die, ja für mich am wichtigsten Punkte heute bei der ordentlichen Mitgliederversammlung. Ab 11 Uhr ging sie los, 17 Uhr, 14 oder so war sie dann zu Ende. Ich habe dem auch nicht ganz bis zum Ende beigewohnt, sodass ich, ab 14 Uhr oder so sind wir gegangen, 14.30, sodass alles, was dann danach kam, ich auch nur nachgelesen habe, aber nochmal so ein bisschen für euch, ja sagen wir mal, hörgerecht hier auflisten möchte. Und da gab es verschiedene Bereiche, die mich vor allem persönlich jetzt extrem interessiert haben heute. Zum einen war das der erstgestellte Abwahlantrag an das Aufsichtsrat, Aufsichtsratmitglied Klaus Brüggemann. Es ging ja nochmal um die Finanzen und das sind so die Themen, die ich interessant fand. Und natürlich auch nochmal den Bericht vom Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic. Also darum geht es jetzt hier in dem Video, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ich möchte euch nur nochmal erinnern, wir haben zwar immer Selbsthilfegruppe Montag, aber diesmal ist es ja wirklich eine sehr, sehr schöne Selbsthilfegruppe mit einem tollen Gefühl, wo wir da reingehen können. Freue ich mich sehr, wenn ihr morgen ab 21.30 Uhr wieder mit am Start seid. Und wie gesagt, morgen unbedingt das Video gucken, wo ich den Tag mit 1892 hilft verbracht habe. Weil da geht es jetzt mal nicht um mich, sondern es geht wirklich um die Sache, die die da machen und wie toll die sich engagieren. Und ich würde mich da sehr freuen, weil das ist für mich wirklich so ein Herzensprojekt, war es ja nicht. Es war ja nur ein Tag, den wir begleitet haben. Aber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video weiter verbreitet, weil das vielleicht einfach das Bewusstsein auch schärft, nicht nur für diesen Zusammenschluss von Leuten, die das machen, sondern generell auch für Leute, die obdachlos sind oder eben auch einfach bedürftig. Also ich glaube schon, dass wenn man sich damit beschäftigt, man ein anderes Bild auf viele Dinge bekommt. Und deswegen gerne auch an nicht härter Fans weiterleiten. Würde mich freuen, wenn das Video eine ganz gute Reichweite bekommt oder die maximale Reichweite, die halt mit so einer Thematik irgendwie für uns erreichbar ist. So, lasst uns beginnen. Also wir kamen ein bisschen zu spät. Das heißt, wir haben die Rede von Sandro Schwarz verpasst, habe mir die aber nochmal im Nachgang durchgelesen. Ja, ist jetzt nicht groß anders gewesen, als wir es aus den Pressekonferenzen von ihm kennen. Weiter Weg noch. Wir sehen schon eine Veränderung, aber sind halt auch noch nicht da, wo wir sein wollen. Es gibt noch Luft nach oben, ist ja auch klar. Nur weil ich jetzt so mega glücklich bin, war natürlich auch gestern noch nicht alles perfekt. Und das war natürlich auch mitbegünstigt durch Kölner, wie gesagt, die körperlich einfach nicht mehr konnten Mitte der zweiten Halbzeit. Aber ist ja auch egal. Man sieht auf jeden Fall Veränderungen. Das hat Kai auch später, glaube ich, nochmal gesagt. Wir wollen einen, oder Friedi Bobic hat es gesagt, wir wollen einen Fußball spielen, der die Leute abholt und begeistert. Und das ist ja definitiv der Fall. Also wenn wir jetzt gucken, auch wenn da nicht mehr Punkte rausgesprungen sind, habe ich ja das erste Mal seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, das Gefühl, selbst wenn es 3-0 zur Halbzeit steht, das Spiel ist noch nicht vorbei. Egal, ob Bayern 3-0 führt, ob Leipzig 3-0 führt, wir kommen zurück. Und selbst wenn wir da keine Punkte geholt haben, diese Art Fußball zu spielen begeistert. Weil dann kannst du nämlich auch nach einer Niederlage nicht völlig frustriert nach Hause gehen. Zum Beispiel ganz anders war es ja nach dem Bremen-Spiel. Da war ich persönlich jetzt, weiß ja nicht, wie es bei euch war, der Mann ist frustriert und auch nach dem Stuttgart-Spiel, weil auch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, nicht gestimmt haben. Wenn du in einem Duell verlierst, wo man sagt, ey, die haben alles reingehauen, und so viele Chancen haben die nicht genutzt, ärgerlich und so weiter, dann gehst du trotzdem mit einem anderen Gefühl nach Hause, als eben, wenn du dann so spielst wie in Stuttgart. Und das haben wir auch generell in den Heimspielen super hinbekommen, auch wenn wir jetzt nur zwei Heimsiege bisher haben. Und ich glaube, über das gesamte Jahr 2022, jetzt will ich nichts Falsches sagen, haben wir, glaube ich, vier Heimsiege nur geholt. Gut, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und jetzt gegen Köln. Und deswegen umso wichtiger, dass man da die Zuschauer begeistern kann, und das sieht man ja, dass man das kann. Es kommen 60.000 Leute gegen Köln, wie geil war das, wie geil war die Stimmung, wie viele Hertha-Fans hatten richtig Bock. Kölner waren viele und gut besucht, war gut da, aber war jetzt auch nicht so, dass es komplett 60.000 waren, nur weil so viele Kölner da waren. Also es war wirklich richtig gut besucht, es hat richtig Bock gemacht, zwar eine geile Atmosphäre und heute auch recht viele, muss ich sagen, wahrscheinlich auch, weil jetzt eh lange Pause ist auf der Mitgliederversammlung, auf der ersten mit Kai Bernstein als Präsidenten, hätte ich eigentlich gar nicht so vermutet, dass da heute so viele kommen, waren immer so circa über 1.500 in Spitzenzeiten. Später dann sogar nochmal, mehr um 11.52 Uhr waren es 1.502 und da wurde dann halt auch über den Abwahlantrag bestimmt. Worum ging es da? Brüggemann, Aufsichtsratsmitglied, hatte ja damals Steffel vorgeschlagen und da gab es ja dann schon diese Diskussion, sollte das ein Aufsichtsratmitglied tun, dann hatte man in der Satzung geguckt, laut Satzung sei es wohl okay, er habe das wohl auch nur als einfaches Mitglied und nicht als Position des Aufsichtsrats vorgeschlagen, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, weil das kann man ja von außen nicht auseinanderhalten und wenn über jemanden berichtet wird, über Brüggemann berichtet wird, dann berichtet man ja nicht über ihn hier mal als Mitglied und da mal als Aufsichtsratsmitglied, sondern man berichtet dann eben immer eigentlich über ihn als Aufsichtsratsmitglied und das war so der erste Punkt, diese Empfehlung, hätte man sich vielleicht mehr Neutralität gewünscht, dann gab es immer die, oder gibt es immer die Vorwürfe, dass es vorher Absprache mit einigen Kandidaten gab, dass die doch wohl mal ihre Kandidatur zurückziehen sollen, das wurde dann auch noch dadurch bestärkt, dass der dritte Kandidat, der auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung war, Marvin Brumme, dass der dann auch gefragt wurde, ein bisschen im Kreuz vorher gefragt wurde damals, wurde ihnen dann nahegelegt, sich von der Kandidatur zurückzuziehen, also im Vorhinein vom Aufsichtsrat oder wem auch immer und da meinte er, ja, durch die Blume schon, was bei vielen dazu geführt hat, dass sie eben schon davon ausgegangen sind, dass man versucht hat, im Aufsichtsrat das Feld aufzuräumen, ja, das beinhaltete quasi auch der Antrag und was natürlich auch überhaupt nicht gut war, war dieses Interview, ein Tag nach Kais Wahl von Brüggemann im Kicker, wo er eben darüber gesprochen hat, wir müssen mal darüber sprechen, ob es repräsentativ ist, wenn irgendwie, weiß ich nicht, 1.500 oder 2.000, 3.000 Mitglieder von 40.000 Mitgliedern kommen und der Rest aber nicht abstimmen kann, der zeitlich verändert ist, zu weit weg wohnt, was auch immer und das war natürlich sehr, sehr unklug, weil das hatte dann schon so ein bisschen so den Esprit so, ja, sonst, also es hat einfach im Subtext mitgeschwungen, ob man wollte oder nicht, dass man gedacht hat, naja, was will er jetzt damit sagen, dass sonst vielleicht Kai nicht gewonnen hätte, hört sich nicht so an, als ob er ihm da gerade, sagen wir mal, zu beglückwünscht, andersrum ist er ja auch ein Aufsichtsrat, er muss ja auch nicht mit allem komplett übereinstimmen, er soll ja eigentlich wie so ein Kontrollorgan quasi sein, aber das stoß, das ist auch mir negativ aufgestoßen, wo ich so dachte, einen Tag danach, jetzt haben wir einen neuen Präsidenten, jetzt wollen wir endlich Ruhe und dann gibt er da so ein Interview. Ja, das waren so die Punkte und deswegen hat René Bär einen Antrag dazu gestellt, ihn abzuwählen und der bedürfte einer Dreiviertelmehrheit, nämlich 75 Prozent der Stimmen, müssten sagen, ja, wir stimmen dafür, er soll abgewählt werden, damit das passiert, was natürlich ziemlich viel ist, aber was andersrum auch wieder gut ist, damit man nicht immer mit ein paar Mehrheiten jeden abwählen kann, worauf man gerade Bock hat, sondern du brauchst dann schon wirklich eine Dreiviertelmehrheit und das finde ich eigentlich vom Ding her gut. René Bär hat dann auch nochmal sich zu seinem eigenen Antrag geäußert und hat nochmal vorgeschoben, weil ich glaube, das haben ihm auch viele vorgeworfen im Vorhinein, dass er keinen Kontakt zu Ultragruppen hat, dass er nicht irgendwie in der Ostkurve eine Dauerkarte hat oder da sitzt, also ich weiß jetzt nicht, ob das spezielle Beschuldigungen gegenüber ihm waren, aber das hat er eben alles nochmal gesagt und meinte, ist nicht der Fall, er kennt auch Kai Bernstein nicht, also das war wirklich von ihm als einfaches Mitglied ein Antrag aufgrund der eben aufgeführten Dinge und das war dann erstmal der Antrag, darüber war zu entscheiden und im Vorhinein, das kam er dann auch durch die Bild raus, hatte ein anderes Mitglied und zwar Dinne Bier, den Namen, den kennt man ja in Berlin, der hat einen Antrag darüber gestellt, den Antrag nicht zur Wahl stellen zu lassen, also er hat quasi einen Antrag gestellt, das hat dann Herr Dr. Lenfer, der die Konferenz oder die Versammlung geleitet hat, nochmal erklärt, weil normalerweise liest du ja die Anträge nach Eingang vor, er hat aber jetzt den Antrag gestellt gehabt, um den anderen gar nicht erst zur Abstimmung kommen zu lassen quasi, weil er sagt, er findet es nicht gut, es ist endlich Ruhe eingekehrt und jetzt will man hier jeden abwählen, nur weil er eine andere Meinung hat oder weil es einem nicht passt oder irgendwas, hatte er den Antrag gestellt, der wurde dann aber nicht mit so einer großen Mehrheit, aber abgelehnt, wo ich auch dachte so, naja, man kann ja wenigstens erstmal die Leute abstimmen lassen, ich muss ja jetzt nicht, war jetzt meine Meinung, ich dachte mir so, selbst wenn du jetzt dagegen bist, dann stimme einfach dagegen, muss ja nicht den Antrag außer Gefecht setzen, aber das ist nur meine persönliche Meinung, man hat aber da schon gesehen, dadurch, dass eben zu diesem Antrag nicht so viele Leute zugestimmt haben, hat man eigentlich oder schon einige trotzdem zugestimmt haben, auch wenn es die Minderheit war, konnte man eigentlich schon erahnen, dass diese Dreiviertelmehrheit sehr, sehr unwahrscheinlich zu erreichen sein wird, wenn man sich so im Saar umgehört hat, es war sehr, sehr geteilt, ja, also war nicht so, dass es irgendwie eine große Mehrheit war oder so, es war sehr geteilt, es gab schon viele, aber es waren halt deutlich mehr, die halt gesagt haben, nee, nee, den Antrag lassen wir schon erstmal hier zur Abstimmung kommen. Ja, und dann gab es noch ganz viele Sachen, also da, wo man, wo ich von außen, ja, es hört sich alles nicht schön an, muss ich sagen, aber ich kann es von außen einfach nicht beurteilen, dann war ja irgendwie der Antrag von dem René Bär, war irgendwie, bevor der überhaupt an die Mitglieder weitergegeben wurde, war schon auf einer, ich habe ja keinen Facebook, auf dieser größten Hertha-Facebook-Gruppe, der war bei der Bild und so weiter und das ist natürlich uncool, vor allem der war auch irgendwie ungeschwärzt und so weiter, das ist natürlich nicht schön und auch nicht richtig, so soll es ja nicht ablaufen und das wurde quasi so ein bisschen auch Klaus Brüggemann, ich sage nicht, ob er angeschuldigt wurde dafür, aber so hatte sich das ein bisschen angehört, auch von einigen, die dann noch zu Wort sich gemeldet haben, die jetzt nicht direkt was mit René Bär zu tun hatten. Ja, also das waren so diese ganzen Vorwürfe, also dass man da irgendwie versucht hat, den Antrag quasi, ja, vorher schon zu veröffentlichen, um da Unruhe reinzubringen, Brüggemann hat gesagt, dass Brüggemann halt dieses Interview gegeben hat, dass es vorher Absprachen gab bei der Bewerberauswahl für das Präsidentenamt und ja, das mit Frank Steffel auch noch und wie gesagt, das mit dem Antrag, das waren so die Dinge, dazu hat sich dann Brüggemann auch geäußert, er hat zu allem gesagt, dass das Mutmaßungen sind und hat selber gesagt, es stimmt nicht, was soll ich jetzt machen, entweder man glaubt ihm oder man glaubt ihm nicht, kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht, er sagt aber auch, dass das stimmt, dass das Kicker-Interview ein absoluter dummer Fehler war, hat er dreimal betont, dass es ihm leid tut und dass er das nicht hätte machen sollen, ja, dann hat er auch nochmal gesagt, dass er es nicht gut findet, dass hier irgendwelche Sachen in den Raum geworfen werden, das Gefühl kann man ja schon manchmal kriegen, generell so bei uns, nicht nur bei Hertha, sondern generell so in der Gesellschaft oft werden einfach irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt und irgendwie gibt es dann so eine Beweisumkehr, weil eigentlich ist es ja eher so, man ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist, mittlerweile ist es aber manchmal so, man ist erstmal schuldig und muss dann selber das Gegenteil beweisen, was ja manchmal gar nicht geht, ich weiß es ja jetzt nicht, kann auch sein, dass Brüggemann diese ganzen Dinge gemacht hat und das fände ich natürlich auch nicht schön, aber ich weiß es halt auch nicht, ich weiß es nicht und so lange muss man eigentlich ja eher dann davon ausgehen, dass es nicht so ist, ob ich dem jetzt persönlich vertraue oder nicht, das ist immer für mich schwierig, man merkt auch an dieser Thematik es nervt mich eigentlich diese ganze Thematik, also ich fand das jetzt interessant nochmal bei dieser Mitgliederversammlung, aber diese ganze Thematik nervt mich, es bringt nur Unruhe in den Verein rein, ist jetzt auch egal von welcher Seite, es nervt einfach, es bringt Unruhe rein und vor allem will ich mich ja jetzt persönlich, weil ich mache das hier, was mir Spaß macht, ich will mich auf Fußball konzentrieren und vielleicht ein bisschen über Transfers noch reden oder so, keine Ahnung, auch mal über die Finanzen, aber das nervt mich einfach nur noch, es hat immer so diesen House of Cards-Style, House of Hertha-Style und ich weiß am Ende einfach immer gar nicht, was ich glauben soll, das ist immer mein größtes Problem. Naja, auf jeden Fall kam der Antrag dann, ja, der kam dann zur Abstimmung und das wurde dann auch nicht per Handmeldung gemacht, wie der Antrag zuvor, wo man dann geschätzt hatte, sondern der wurde wirklich mit Stimmzetteln abgestimmt und ja, dann am Ende war es so, es wurden 1331 Stimmen abgegeben, 614 haben den befürwortet, ja, was wohl auch eine Mehrheit war, aber nicht die Mehrheit, die wir brauchen, nämlich eine Dreiviertelmehrheit, denn 575 Leute haben Nein gesagt, der Rest war enthaltene Stimmen oder ungültig und 892 Stimmen hätte man quasi gebraucht, damit der abgewählt wird, ist jetzt auch nicht gerade ein Vertrauensvotum, muss man ganz ehrlich sagen, er wurde ja damals schon bei der ordentlichen Mitgliederversammlung, da wurde er ja schon gerade so in seinem Amt, sage ich mal, bestätigt und jetzt sieht es auch nicht viel besser aus, er hat sich dann aber trotzdem im Nachgang für das Vertrauen bedankt und es ging dann ganz normal weiter. Dann gab es den Bericht vom Präsidium, Fabian Drescher als Vizepräsident hat angefangen mit seinen Ausführungen und sehr, sehr geil, darauf freue ich mich immer am meisten, wenn es wieder die neuen Mitgliederzahlen gibt und die sich mal wieder gesteigert haben, also wir haben wieder mehr Mitglieder, ey, wir sind jetzt bald bei 45.000 Mitgliederzahl 44.211. Richtig, richtig cool, freut mich richtig und mich freut es auch immer sehr, wenn mir Leute hier schreiben, nicht um mich jetzt selber zu beweihräuchern, sondern weil ich dann weiß, ey, das wirkt was, was ich mache, um Leute da hinzukriegen, wenn sie mir schreiben, dass sie aufgrund der Community oder weil sie gerne die Videos gucken oder wieder mehr mit dem Herzen dabei sind, jetzt auch Mitglied geworden sind. Das macht mich immer sehr glücklich. Aber Hertha hat auch sehr viele Sachen gemacht, es gab Aktionen, da haben sich ja manche immer drüber aufgeregt, ich fand die Aktionen gut, die man gemacht hat, um Mitglieder zu gewinnen. Es gibt auch extrem viele Vorteile, du kriegst die Karten als erster, du bist immer im Vorverkauf, du kriegst sie günstiger, du hast Rabattaktionen und so weiter im Fanshop, gibt es sowieso die meisten Sachen günstiger. Also es ist schon, es wurde sehr, sehr viel gemacht und ich finde es sehr, sehr geil und ich kann hier nur nochmal appellieren, ich will die 45.000 knacken, eigentlich will ich die 50.000 bis zur nächsten Mitgliederversammlung knacken, wenn ihr es euch leisten könnt, dann werdet Mitglied, es lohnt sich, man sollte es nicht machen und damit es sich lohnt finanziell, aber es lohnt sich wirklich Mitglied bei Hertha zu sein, alleine bei den Mitgliederveranstaltungen dabei sein zu können, Vorverkaufsrecht, jetzt gibt es wieder zum Beispiel Vorverkaufsrecht auf die Karten gegen Union ab 6. Dezember und das wird ja irgendwann, wenn wir vielleicht mal ein neues Stadion haben, auch nicht weniger werden, dass da der Run groß ist auf begehrte Tickets. Also ich würde mich freuen, wenn ihr es macht, aber geht niemals mit der Intention ran, Mitglied zu werden und zu sagen, ja, was habe ich davon, sondern geht immer damit ran, ich mache das, weil ich den meinen Verein unterstützen will. Wenn ihr das habt, dann würde ich mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr das macht. Und apropos Stadion, da hat sich, war ja sehr, sehr viel gefragtes Thema auch, hat sich Kai ja auch zugeäußert und zwar, ich hoffe, es sind nicht wieder Hinhalteparolen, wie in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal bei uns, ihre Spranger, Sportsenatorin, will wohl unbedingt ein Stadion haben für Hertha, so sagt es zumindest Kai, er muss anscheinend mit ihr gesprochen haben und man will es vorantreiben und Kai, ja, sagte uns jetzt, es wird wohl bis Sommer nächsten Jahres 2023 eine Entscheidung stehen, ob es auf dem Olympiagelände geht, in welcher Form und so weiter und so fort. Das sollte bis dahin beschlossene Sache sein. Wir haben jetzt natürlich nicht drüber gesprochen, wie das finanziell alles stemmbar sei, ich meine, das ist auch noch ein langer Weg, dann musst du erst mal Machbarkeitsstudie machen, auch in dem Sinne von, ich meine, Finanzierungen sind nicht günstiger geworden in den letzten Monaten, auch das wird uns ja irgendwann treffen, auch wenn es noch sehr, sehr lange hin ist, wahrscheinlich bis wir dann mal anfangen so ein Stadion zu bauen. Kai sagte auch, also vor 2029 werden wir noch nicht aus dem Olympiastadion ausziehen, das ist natürlich noch eine sehr lange Zeit. Ich hoffe einfach nur, dass das mit dem Stadion auch stimmt und dass das nicht wieder eine Hinhaltetaktik ist, weil wie oft habe ich schon gehört, ja, dann in einem halben Jahr kriegen wir vielleicht eine Zusage oder so und dann hat es doch nicht geklappt. Ich will mich nicht zu früh freuen, aber es ist schön, dass wir da weiter dran sind, es ist ja ein bisschen ruhig um das Thema geworden, man wurde jetzt nicht so viel damit konfrontiert in der Presse, wie zum Beispiel vor der Präsidiumswahl, da war es ja richtig präsent, das Thema, weil natürlich auch viele danach gefragt haben und ich glaube ja weiterhin daran, auch wenn das Olympiastadion natürlich, wenn es so voll ist wie gestern, auch eine hervorragende Stimmung erzeugt, glaube ich immer noch, dass das ein großer Schritt in die richtige Richtung wäre, um nicht nur finanziell sich gut aufzustellen, sondern um generell erfolgreicher im sportlichen Bereich zu werden. Bilanz, da hat dann Thomas Herrig sich zugeäußert, kannte, wie er eigentlich vorher auch schon, er hat es jetzt nochmal zusammengefasst, Einnahmen 146 Millionen, was eigentlich ja erstmal nicht so schlecht klingt, der größte Posten ist hier bei TV Gelder und Funk und so weiter, sind 54 Millionen, Transfererlöse haben wir ja sehr, sehr viele erzielt, 47 Millionen, Werbung und Handel, drittgrößter Posten mit 29 Millionen, Demgegenüber stehen halt nur so unfassbar hohe Kosten von 226 Millionen. Der größte Anteil an Kosten, der wird verschlungen durch Personalkosten, also Lizenzspielermannschaft, was wiederum der größte Anteil wahrscheinlich ist, Fußballakademie und Verwaltung mit knapp 100 Millionen, nämlich 97,7 Millionen. Aber trotzdem muss ich mich da fragen, wenn nur rund 100 Millionen aus den Personalkosten von der Lizenzspielermannschaft, Fußballakademie, die Verwaltung und so kommen, wo kommen, also ich bin nicht nah genug drin, ich weiß es wirklich nicht, kann man sich wahrscheinlich auch detaillierter angucken, den Jahresabschluss, aber es ist schon Wahnsinn, dass man dann nochmal zu diesen Kosten, wo ich ja sagen würde, Personalkosten sind wahrscheinlich so das Höchste wie in einem normalen Unternehmen, liegen die irgendwie zwischen 60 und 80 Prozent. Ne, hier ist es weniger als die Hälfte, du hast dann nochmal 129 Millionen andere Kosten. Klar, es gibt sowas wie Stadionmiete, da fließt ja alles mit rein, das kostet halt alles viel Geld, aber es ist irgendwie schon Wahnsinn, wie viel das ist und deswegen haben wir halt auch mal wieder ein sehr, sehr hohes Minus gemacht von 79,8 Millionen und dazu sagte Thomas Herrig, also ich zitiere mal, wir müssen uns umfangreich wirtschaftlich konsolidieren, also zusammenschließen, das geht nur gemeinsam, wir müssen die Kosten reduzieren und ein geschärftes Kostenbewusstsein leben und ich glaube, das zeigt ja auch, dass sie auch erkannt haben, wie wir es damals schon in dieser ZDF-Doku gesehen haben, das Problem sind natürlich auch Einnahmen, auch unsere Einnahmenseite wurde geringer, zum Beispiel dadurch, dass wir eben sportlich nicht erfolgreich sind, dann wirst du runtergestuft, dann kriegst du, siehst du, ist ja der größte Einnahmenfaktor und wenn du da springen kannst, dann kannst du auch richtig viel mehr Geld oder weniger Geld bekommen. Ob man jetzt diese TV-Gelderverteilung gut findet oder nicht, sei ja mal völlig dahingestellt, ist ja egal, darum geht es ja nicht, sondern wir müssen ja damit leben, wie es derzeit ist und da wäre sportlicher Erfolg dann schon wichtig, um da eben mehr einzunehmen, aber was wir ja damals schon in der ZDF-Doku gesehen haben und was so ein bisschen diese Aussage von ihm auch impliziert ist, wir haben eher ein Ausgabenproblem und das, wenn man sich jetzt diese Kosten anguckt und sagt, ja wir haben viel zu teure Spieler, Selke und so weiter, ist ja auch alles so, aber ein Spieler kostet so viel wie irgendwie 20 führende Mitarbeiter, Führungskräfte in der Verwaltung, aber wenn wir eben sehen, dass die Kosten zu einem großen Teil, zu einem sehr, sehr großen Teil ja gar nicht in der Fußball, in der Lizenzspielermannschaft oder aus den Personalkosten entstehen, sondern aus anderen Dingen, dann muss man wirklich mal genauer hinschauen und gucken, was haben wir für eine Ausgabenstruktur, wofür geben wir so viel Geld aus und da wird wahrscheinlich auch einer, auch wenn jetzt manche sagen, es war langfristig vielleicht dumm, einer der Schritte gewesen sein, brauchen wir wirklich ein League of Legends Team und da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Punkte, weil guckt euch das an, wenn man jetzt die Personalkosten weglässt, 200, haben wir ausgegeben, 129 Millionen, ja, also fast die Ausgaben ohne Personalkosten decken schon fast unsere Einnahmen, ja, und das ist, da stimmt irgendwas nicht in der Ausgabekultur, wie gesagt, guckt euch dazu gerne die ZDF-Doku an, wo Hertha neben Dortmund, glaube ich, die schlimmste Ausgaben, dieses schlimmste Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen hat. ja, Thomas Herrie sagte auch, im kommenden Jahr wollen wir das negative Ergebnis deutlich reduzieren, bessere Tabellenpositionen wäre dafür gut, also ich sag's nochmal, für alle, die immer sagen, ja, man muss mal absteigen und dann muss alles eingestampft werden und wieder von Null anfangen, das ist ein absoluter Super-Goal, im Gegenteil, wir müssen sogar irgendwann mal es schaffen, nicht immer nur im Abstiegskampf zu sein, um eben mehr TV-Gelder zu generieren, ja, also ganz, ganz wichtige Sache, meiner Meinung nach, was immerhin gut ist, wir konnten die Verbindlichkeiten, das konnte man ja auch vorher schon alles lesen, von 99,6 auf 80,8 Millionen Euro senken, was immer noch wahnsinnig viel ist, ich erinnere mich immer noch an die Zeiten, ich glaube, das war früher zu Dieter Hoeneß Zeiten, gut, da waren auch noch andere Summen einfach im Fußball unterwegs, aber da hatte Hertha so um die 40, 45 Millionen Verbindlichkeiten und ich dachte immer, meine Güte, sind die verschuldet, Wahnsinn, klar, es gibt Vereine, die haben Milliarden Schulden und so weiter, ist mir auch alles klar, aber es ist schon krass, wie wir trotz diesem ganzen Geld, was wir bekommen haben, einfach so eine hohe Verbindlichkeiten, so hohe Verbindlichkeiten haben, unser Eigenkapital ist ja auch massiv geschrumpft, unter 30 Millionen, also wenn wir noch 3, 4 Jahre so eine Verluste weiter einfahren, wie dieses und letztes Jahr und vorletztes Jahr, dann wird es auch irgendwann eng, muss man auch mal ganz klar so benennen, also das ist eine Mammutaufgabe, die da auf die sportliche Leitung und generell auch auf die, wirtschaftliche Leitung hinzukommt und Bobic hat sich natürlich dann da auch zu geäußert, was mir gerade noch einfällt, wir haben ja auch nächstes Jahr noch diese Anleihe zu bezahlen, also wir haben 2018 eine Anleihe ausgegeben, die mit 6,5% jährlich fest verzinst war, um eben KKR als Investor damals auszulösen, also um die rauszubezahlen, damit Windhorst diese Anteile kaufen konnte, der wollte wahrscheinlich der einzige Investor da sein, die müssen wir nächstes Jahr im November auch noch zurückbezahlen, ich weiß nicht, ob das mit einberechnet ist, also das ist auch noch so ein Ding und ja, Bobic hat jetzt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, auch wenn ich immer noch nicht ganz zufrieden mit ihm bin und dazu mache ich ja dann nochmal ein ausführliches Analysevideo, wie ist der Kader jetzt so, Halbserie, wie war generell diese ganze Runde, wir gucken uns Statistiken an, kommt noch alles ein Dreiteiler, haben wir jetzt lange genug Zeit, Bobic weiterhin hält er daran fest, was er von Anfang an gesagt hat, wir müssen Mentalitätsspieler holen, für die ganz große Qualität haben wir einfach nicht das Geld, das ist zu teuer für uns, wir müssen Mentalitätsspieler holen und das sehe ich auch absolut genauso, man muss halt bloß die Richtigen halt finden, es gibt halt Spieler, die bringen dir am Ende mehr als ein, ich will nicht immer mich auf Suat Serdar festreiten, aber ihr wisst, was ich meine, das ist einer unserer Topverdiener, der muss jetzt dafür dann halt den Kopf hinhalten, der müsste dann auch viermal so gut spielen wie andere Spieler, tut er aber nicht, dann holen wir lieber einen, das ist dann vielleicht nicht ganz so filigran anzuschauen, aber es ist dann einer, der alles gibt mit der Mentalität, dann musst du halt lieber so einen Spieler holen, egal wer das jetzt ist, Rochel zum Beispiel, war nicht sehr teuer, 300.000, hatte auch nicht mehr lange Vertrag, ist jetzt auch kein, ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ich habe mich ins Berner Bio verlaufen, wenn ich den Fußballspielen sehe, aber, der ist preis-leistungsmäßig gut und der schmeißt alles rein, was er hat, ja, und so einen Spieler müssen wir verpflichten, die haben auch eventuell manchmal dann weiterverkaufswert, wir müssen es einfach machen, wie es in der Vergangenheit, ey, nennen wir es doch beim Nahen, Freiburg, Mainz, Union, so wie die Klubs das machen, die holen auch keine großen Nummern, aber selbst wenn die ein Avonis verkaufen teuer, holen die nicht dafür einen fertigen Spieler, sondern die holen immer so eine, die leicht unter dem Radar sind und das muss, ja, muss Bobic halt hinbekommen. Ganz interessant war auch, dass Bobic gesagt hat, um erstmal allen die Angst zu nehmen und vorzubeugen vor dieser Frage, ja, jetzt wird Dodi bestimmt verkauft, nein, im Winter sind keine großen oder teuren Transfereinnahmen oder weiteres geplant, womit er ja gleich impliziert beziehungsweise ausschließt mit dieser Aussage, dass ein Dodi oder ein Tussar jetzt verkauft werden müssen, weil wir eben den Gürtel enger schneiden müssen, wie es ja alle oft genug betont haben, also das wird nicht passieren. Trotzdem kann man natürlich sagen, wenn er die Saison so weiterspielt, Vertrag läuft nächstes Jahr aus, sag ich jetzt von mir und es kommt ein hohes Angebot, wenn jetzt ein richtig dickes Angebot aus England kommt, wird man ihn trotzdem verkaufen, aber es ist nicht geplant, wir müssen es nicht machen, was ja schon mal für mich eine sehr, sehr beruhigende Nachricht ist, die mir ein bisschen Angst nimmt, weil auch das war natürlich bei mir im Hinterkopf, dass es sein kann, dass es uns so schlecht geht, dass wir im Winter jetzt auch noch die entscheidenden Spieler verkaufen müssen. Das ist nicht der Fall und das freut mich sehr. Bobic sagte auch nochmal, auch aufgrund der finanziellen Situation, wir müssen verstärkt auf unsere blau-weiße Jugend setzen und das sage ich ja die ganze Zeit, dann muss ich aber nur sagen, ich will jetzt Sandro Schwarz gar nicht kritisieren, ich sehe es genau wie Kai, der hat ja gesagt, wenn er sich die tägliche Arbeit von Sandro anschaut, er vertraut da komplett auf ihn und auch auf Redi Bobic, ich vertraue auch komplett auf Sandro Schwarz, ich glaube auch, dass es wirklich ein super Trainer ist, der alles reinhaut und der ja auch schon viel bewirkt hat, trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, weil das kann ja nicht immer das Argument sein, dann muss unsere Nachwuchsakademie schlecht sein, warum schon wieder keine Jugendspieler im Kader sind. Ich weiß nicht, was mit Marton war, hieß eigentlich nicht, dass er verletzt war, vielleicht war er jetzt doch verletzt, war wieder nicht im Kader, dafür ist Uremovic dabei, Gächter, wieder nicht im Kader, spielt U23 Ulrich, wieder nicht im Kader, also nicht mal im Kader, ich sage ja nicht, dass sie von Anfang an spielen sollen, aber ich habe lieber einen Derry Scherhand auf der Bank, als einen Mau Lieder, warum sitzt der da überhaupt noch? Und das stört mich ein bisschen, weil es gibt eben auch, das hat auch nichts mit der sportlichen Situation zu tun, wann willst du es denn mal machen? Das ist nie der richtige Zeitpunkt, nie, außer du bist irgendwie, ja, am, weiß ich nicht, am 28. Spieltag auf Platz 10, mit so viel Polster nach oben und unten, dass sowieso nichts mehr passieren kann, aber selbst ein Felix Magath, der hat einfach Wollschläger und Eitschberger reingeschmissen, der hat so der schlimmsten Zeit für Hertha überhaupt, der hat den Mut bewiesen, und auch Pahl, gut, da war die Frage, was war da für eine spielerische Entwicklung, unter ihm, das ist jetzt eine andere Frage, aber der hat zumindest Jugendspieler immer eine Chance gegeben und die reingehauen, und das brauchen wir, also da kann die Nachwuchsakademie noch so gut arbeiten, es braucht auch den Mut, egal wie gut der Trainer ist, das ist ja ein anderer Bereich, er braucht auch den Mut, sich dann für die Jugendspieler zu entscheiden, ja, also das müssen wir besser umsetzen, das ist, wir hatten jetzt Mittelstädt und Prinz, hatten wir gestern im Kader, aus der eigenen Jugend, wobei Prinz kannst du eigentlich ausklammern, der war ja schon etliche, also der kam ja jetzt am Ende erst wieder, also eigentlich nur Mittelstädt, und guckt euch mal an, wie viele Spieler in den letzten Jahren Profis geworden sind, aus unserer Jugendakademie, das ist ja irgendwie kurios, dass da nichts klappt, also ja, das war so ein Kurzfassung, ich wollte es so kurz wie möglich halten, weil ich habe ja heute schon ein Video über das Spiel gegen 1. FC Köln gemacht, so dass ihr jetzt hier zusammen vielleicht eine Stunde dann verballert, aber nicht noch mehr, und die anderen Themen sind auch wichtig, auch interessant, könnt ihr auch alles auf der Hertha-Website nachlesen, oder auch Kicker hat darüber geschrieben, aber das waren für meine persönlichen Begriffe das, was mich am meisten interessiert hat und für mich am wichtigsten war. Was noch ganz interessant ist, kleines Gimmick, es gibt eine Rückrundendauerkarte, habe ich auch schon überlegt, mir die vielleicht zu holen, weil ich hatte mir ja im Sommer keine geholt, bin jetzt aber dann fast in jedem Spiel doch gewesen, aber ich sitze halt immer jedes Mal woanders eigentlich, gehe mit verschiedenen Leuten, die auch manchmal schon Dauerkarten haben, oder die nehme ich mal mit, aber kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der jetzt doch Bock bekommen hat, das Stadion wird immer voller, wir brauchen die Unterstützung und wer Lust hat, gibt es ab 79 Euro. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und da hat man ja sogar noch ein Spiel mehr, weil wir ja noch das Heimspiel gegen Wolfsburg haben aus der Hinrunde. Also gerne abchecken, auf der Website gerne Mitglied werden, gerne eure Meinungen hier rein, wie ihr das so gesehen habt und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restsonntag und dann sehen wir uns morgen im Stream. Ich freue mich, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie ihr das Video findet, was wir da mit 1892 hilft gemacht haben. Ich hoffe, es gefällt euch, ich hoffe, also das Video ist toll gemacht von Hammer Graphics, aber ich hoffe einfach, dass es euch gefällt und ja, kann jedem nur empfehlen, sich da mal mit auseinanderzusetzen, auch wenn das natürlich nicht das Einzige ist, was Hertha-Fans machen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, haben wir eine Woche davor ja im Stadion gesehen bei Hertha Wärmt, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. So und jetzt sage ich wirklich Tschüss und genieße jetzt noch die restlichen freien Stunden hier. Macht's gut und hau he. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.